Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zum Wither Skeleton Verkaufssimulator. Okay, genau. Das letzte Mal, wir waren im Wald und haben Ruben gesucht und dann kam Petra und meinte, yo, ich verkauf für Swither Skeletten Skulls, für Diamanten und lass uns den Typen mal treffen. Wir haben ihn getroffen und er ist richtig, richtig, gruselig, creepy und böse. Und mir ist das Ganze nicht zugeheuer. Genau, weiter geht's. Die ganze Sache, das Gott gibt mir eine schlechte Gefühl. Ich werde dir eine schlechte Gefühl, wenn du das für mich ruinst. Ich werde dir eine schlechte Gefühl, wenn du das für mich ruinst. Das ist Lapis. Ich will meinen Diamanten. Ich will meinen Diamanten. Ey, wir machen Hälfte, Hälfte. Unfair. Hinterher. Los. Oder ich bekomme meinen Skull zurück. Oder du hast ihn bezahlen, richtig? Richtig? Komm schon. Hast du ihn irgendwo gesehen? Nein. Oh, da ist er auch ein Steinwappen. Okay, also dieser Vortrag ist ausverkauft. Laufen wir einfach mal hier durch. Oh, da ist Lukas. Guten Abend. Ja, aber ihr habt doch schon eine cool Maschine gehört. Ein Regenbogenleuchtor, ich habe keine Ahnung, wie man das baut. Fünf Minuten und ich weiß, dass ich ein bisschen probieren. Apropos, wenn wir gerade schon bei Minecraft und Bound sind. Kennt ihr eigentlich schon meine Minecraft Superhotel-Serie? Das ist ein Streamprojekt, was ultra lange gehen wird, in dem ich ein Hotel baue, zusammen mit Mods. Also nicht, dass es kein Mensch ist, sondern mit Modifikationen im Spiel. Mit der Decocraft-Mod, Falling-Trees-Mod. Und einfach, damit das Ganze ästhetischer und schöner wirkt, mit verschiedenster Redstone-Technik, einfach ein Hotel aufbauen. Falls ihr euch das gerne anschauen wollt, guckt einfach mal auf meinem Kanal unter Minecraft, da findet ihr das Superhotel. Genau. Falls ihr interessiert seid an sowas. Gut, das war jetzt ein bisschen cringe, aber okay. Oh, DJ. DJ verwenden. Hey, do you take requests? I'm not trying to question your playlist, I just, uh... Nah, it's all good. Just keep doing what you're doing. Nothing starts the party off right, like a great DJ. Die Haut nur aufs Noten, sag ich mal. Ha, 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 ha. Thought you could just wiggle right out of that trap, didn't you? Well, wiggle as much as you want. You're not going anywhere. Axel, listen up. Any chance you've seen a creepy-looking beardy guy anywhere? No, Petra told me what happened. I'm keeping an eye out for him. Okay, thank you. Okay, so I got a little distracted. It's just this machine presses all my buttons. Unnecessarily complicated and mean to birds for no reason. Ah, it's just so funny. When something like this calls, you got an answer. But I swear, it's just demonstration is over. Stop messing around, we need your help. I was looking, I swear. I've just got a short attention span. Es geht um mein Schwein. Es geht um Ruben. Diese Redstone-Schaltung würde nicht funktionieren, denn falls sich dieser Block wegbewegt, würde die Druckplatte, die oben drauf ist, automatisch zerspringen und als Item wieder aufplotten. Würde nicht funktionieren. Okay, Storm, check. Oh, da ist er einfach. Oder mich ist der Eivor, gell? Hey. Bewegt dich. Hey, who are you calling an idiot? You, now move. Hey. Wir müssen Eivor hinterher. Könnt ihr vielleicht mal alle hier... Ist er sonst noch was? Was ist er denn? Ich glaube, das ist nicht Eivor. Ich glaube, das ist nicht Eivor. Yo, gib mir Ruben zurück. Na, na. Ey, hallo? Ruben! What's a big idea? I'm trying to run a business here. Ja, nee. Where's my pig? You kidnapped my pig? Well, I don't know what you're talking about, Chief. I found this pig wandering alone in the street. Not the fattest pig I've ever seen. Es is mine. Give es da here. You wouldn't be threatening me, would you? What if I am? I'm not interested in arguing with you. I might be a animal with some kind of train. Not that you look like you've got much value. You've got much value. I've got to get some kind of return on my investment. Give me back my pig. Alright, you little maniac. Fine. Take him. Geht doch. Was ist jetzt das Problem? Ein freundlicher Mensch. Der hat uns einfach das Schwein wieder zurückgegeben. Wir müssen uns nicht groß anstrengen. Wieso klaut denn der einfach mal ein Schwein? Nur weil es auf der Straße rumläuft? Jetzt mal ganz ehrlich. Das meins. Das war teuer. Das ist von Gucci. Oh, da ist noch eins. Oh, Redstone. Da sind zwei Repeater. Hier haben wir Glowstone. Oh, das ist ja. Ja. Remember that thing I had to go do with Petra? Long story short, we met up with this guy. Cheated me and Petra on a deal. Now we're trying to track him down. You in? Oh, I'm in all right. Any sign of him? I thought I saw him earlier, but it was just a false alarm. Right, right. Wait, there he is. Looks like he's heading towards the hall. We're gonna have to get past that usher to follow him. Let's go. So, yeah, hey. What would it take to get us inside tonight? Uh, tickets? Huhuhuhu. Uhuhuhuh. Uhuhuhuhu. That was a good one. You should laugh. Get out of our way. We need to get inside. I need you to show your tickets. Or else, I gotta stop you right here. Chicken! Chicken, chicken, chicken! It's gone. You're totally fine. You were totally cool there. Was ist falsch mit den Typen? Ja, wir müssen ablenken. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Der Typ ist einfach zehnmal so groß wie so ein Chicken, ultra breiter, aber er hat Angst. Ja, wir machen einfach da, wir drücken den Hebel. Schleimdemo. Oh, das macht Sinn. Oh, hey, wir sehen uns wieder. Oh, hey. One slime block, please. We don't give out slime blocks here. Just slime balls. We've got a limited supply today and we're only giving out two per customer. You could craft your own slime block if you had nine slime balls. I'm really sorry, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. I honestly thought you were someone else. Apology accepted. A round of slime balls for everyone, please. Wait, this is only eight slime balls. We need one more word to walk. We need one more word to walk. Okay, okay. War das jetzt total unnötig, das zu machen? One quick. On it. One quick. One quick. One quick. Das ist ein guter Entzug. Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Told you he was useful. Aw, man, this guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crafting time. So, you guys been building together long? You've got good chemistry. Are you jealous? I'm just saying, I think it's cool you have a team that works so well. Awww, eyyyy. You're totally jealous. How's it going, Jessie? Wir bekommen unseren ersten Slam-Block. Ja, finde ich gut. Oh Gott, was muss ich machen? Hallo, hallo. Ich weiß, dass jetzt was Interaktives kam. Oh Gott. Ah, das war mir im Kopf durch die Scheine. Okay. Hühner an die Macht, Leute. Hühner und Bienen. Wir wollen Hühner und Bienen. Okay. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so witzig. Boah, ist das creepy. Ihn höflich bitten. Nee, nee, nee. Ja, Payback. Schön Rache hier. Der hat uns um einen Diamanten betrogen. Ist ja nicht so, dass man den Easy wiederfinden kann. Aber der hat uns um einen Diamanten betrogen. Und das geht so nicht. Hier stehen Tränke. Hier stehen Tränke. Ja, also macht Sinn, würde ich jetzt aber nicht so machen. Such einfach den Schäden. Und dann finden. Und finden die Schäden. Nicht zu stehlen. Ja. Niemand lässt mich überhaupt Spaß haben. Wir lassen Sie mit uns hangen. 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 Oh, hallo. Too heavy. And too soft. But super flashy. Yeah, I don't think this guy does much fighting. Hey, you still have that one stone sword, right? Yeah, I had to wave it at this jerkwad butcher earlier, you know, to save Ruben's life. Impressive. Ja, Goldschwerter gehen sehr schnell kaputt in Minecraft, sind aber stark die Lichtweiheil. Oh, das sieht ultra wichtig. Ein raffinierter dran. Wir reden aber erstmal mit Axel. Dann schauen wir uns mal diesen raffinierten dran. Take a look at this. You're not gonna believe me, but I swear I had a dream about this. Okay, Potion. I know this is a big step, but... I would be honored if you'd come home with me. Nehme ich. Der sieht gefährlich aus, ich will den selber nicht anfassen. No way he won't notice his fancy potion is missing. A good thief always covers his tracks. Ja, der leuchtet ja noch nicht mal. Also ganz ehrlich. Oh, aber da ist ein Hebel. Den ziehen wir doch gleich mal. Mal gucken, was für eine Maschinerie sich dadurch in Gang setzt. Was ist? Das ist eine, das ist ein Command-Block mitten in einem Wither-Beschwörungsritual-Gedöns. What? Wofür sind die Schäden? Wie viele sind denn? Das sind erst drei? Wofür ist der Command-Block? Wofür ist der Command-Block? Oh mein Gott, da kommt die Läu. Läu, 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 läu! Schlau, 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 schlau. Äh, äh... Überrascht, dass du mich gesehen hast? Nein, das ist nicht gut. Ich dachte, du warst mich, nicht wahr? Das ist besser. Das ist weirrt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Leute, wir müssen jetzt ganz leise sein. Okay. Ja, natürlich. Achso, jetzt können wir wieder laut sein. Ich will meinen Diamanten. Und... Was willst du mit diesem Wither machen? We know what you're doing down here. Soul Sand and three Wither skulls. You're building a Wither. Hm. Smarter than you look. Hey, nobody touched my friends like that. Now shut your mouth. Or else. Enough. You've wasted too much of my time already. Ich mach mir Sorgen. Oh, Redstone Golem. Redstone Golem. Mein Eisengole. Show our friends the door. Will you? Ob wir uns vor diesem Eisengolem verstecken können, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. Hallo. *** förs